Hallo zusammen, ich bin Sasu. Ich möchte euch heute etwas Wichtiges über Shisha-Rauchen erzählen. Ich habe von kurzem gehört, dass Shisha-Rauchen nicht immer so ziemlich ungesund ist. Wenn man es falsch macht. Es ist so, dass das Kohlenmonoxid, das in der Kohle ist, gefährlich ist für die Lunge. Am besten rauchen wir in offenen Räumen oder noch besser draussen. Auch das Vermeiden ist zu hastig, zu schnell und zu viel Rauchen. Weil sobald das einem schwindlig wird, ist es wirklich gefährlich. Es kann bis zu hohe Vergiftungen, die sogar bis zum Tod führen können. Wenn man richtig Shisha raucht, kann man viel vorbeugen. Das heisst, die Kohle muss richtig durchglühen, dass die giftigen Schadstoffe verbrannt werden. Und man darf nicht zu tief runterziehen, nicht zu viel rauchen und nicht zu lange. Das Mundstück am besten immer austauschen. Und wie gesagt, das Wichtigste ist einfach draussen rauchen. Und wenn man das Ganze nicht zu oft macht. Das heisst, Seltenheit zu speziellen Tage. Dann ist das Ganze sicher auch nicht zu schlimm. Also an das alles bedacht. Und dann kann es auch mal gesund und ein Genuss sein. Ich hoffe, dass ihr euch meine Rasche ein wenig zu Herzen nehmt. Nicht zu viel raucht. Und dann kommt das schon gut. Ich hoffe, euch hat meine Tipps gefallen. Dann lasst mir einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Schönen Abend. Ciao zusammen.